Viel Mojave, wenig Server, schwarzer Anstrich bei Microsoft und neue Namen fürs WLAN. Willkommen zum Golem.de Wochenrückblick, mein Name ist Marc Sauter. Apples neues Betriebssystem macOS Mojave unterscheidet sich optisch vom Vorgänger und weist einige kleine Verbesserungen auf. Die gleichnamige Server-Version hingegen wird stark beschnitten. Die auffälligste Design-Neuerung in macOS Mojave ist der Dark-Mode. Auch an anderen Stellen sind optische Anpassungen möglich. Die Auswahl an Akzentfarben gefällt uns gut. Erst auf den zweiten Blick fallen in unserem Test diverse Funktionen auf, die den Arbeitsablauf vereinfachen. So können wir mit Stapeln unseren Desktop-Inhalt aufräumen. Statt Coverflow gibt es im neuen Finder eine Galerie-Ansicht, die Miniaturansichten von Dateien inklusive Vorschau anzeigt. Auch ist es möglich, iOS-Apps in Mojave zu importieren, was uns aber noch nicht ausgereift vorkommt. Die Server-Version von macOS Mojave ist hingegen kaum noch nutzbar. Funktionen wie DNS, Mail-Server und VPN fehlen. Dafür kostet das Betriebssystem nur 22 Euro. Es ist fraglich, ob überhaupt jemand diese Version braucht. Amazons Visa-Karte ist künftig für Prime-Kunden kostenlos. Für jeden bei Amazon bezahlten Euro gibt es eine Gutschrift von 3 Cent. Wer die Karte neu erwirbt, erhält 70 Euro. Das Unternehmen Hyperloop TT hat die erste Kapsel für seine Variante des Transportsystems Hyperloop vorgestellt. Die 37 Meter lange Kapsel soll mit hoher Geschwindigkeit in einer Vakuumröhre verkehren. Sie wurde in Spanien aus einem Verbundwerkstoff namens Vibranium gebaut und soll in Toulouse getestet werden. Microsoft hat mit der Verteilung des großen Herbst-Updates für Windows 10 begonnen. Obendrein hat der Hersteller ein neues Surface Pro und einen neuen Surface Laptop vorgestellt. Abseits der schwarzen Farbgebung unterscheiden sich beide Geräte aber kaum von ihren jeweiligen Vorgängern. Das Oktober 2018 Update bringt diverse Neuerungen für Windows 10. Der Task Manager zeigt den Strombedarf einzelner Prozesse an. Außerdem ermöglicht Cloud Clipboard das Kopieren und Einfügen von Inhalten aus einer mit der Cloud synchronisierten Zwischenablage über mehrere Geräte hinweg. Neu ist zudem Storage Sense. OneDrive kann damit selbstständig lokale Kopien von synchronisierten Daten löschen, wenn der Speicherplatz auf dem PC knapp wird. Raytracing wird fester Bestandteil von Windows 10. Ein erster Titel mit der Lichtstrahlensimulation ist der Shooter Battlefield 5, der im November erscheint. Die Microsoft Hardware Surface Pro 6 und Surface Laptop 2 unterscheiden sich, abgesehen von einem CPU-Upgrade bei letzterem, kaum von ihren Vorgängern. Allerdings gibt es die Produkte künftig auch in schwarzer Farbe zu kaufen. LG hat ein neues Smartphone und eine neue Smartwatch vorgestellt. Das V40 ThinQ hat drei Kameras mit jeweils einer fixen Brennweite auf der Rückseite. Die Watch W7 hat ein rundes Display, auf dem zusätzlich analoge Zeiger montiert sind. Einige Besitzer von iPhones und iPads mit dem neuen Betriebssystem iOS 12 beschweren sich über Ladeprobleme. Ihre Geräte laden trotz korrekt eingestecktem Ladekabel nicht. Erst wenn das Display eingeschaltet wird, erkennt das Gerät den Ladevorgang. Bei den bisherigen WLAN-Bezeichnungen blickt kaum jemand durch. Deswegen hat die Wi-Fi-Allianz sich neue Bezeichnungen einfallen lassen. Wir sind aber der Ansicht, sie hätten dabei ruhig etwas mutiger sein können. Die sperrigen Bezeichnungen à la 802.11ac für WLAN-Standards werden abgeschafft. Stattdessen nutzt die Wi-Fi-Allianz künftig aufsteigende Zahlen. Wi-Fi 4, 5 und 6. Hersteller können entsprechende Logos verwenden, die das typische WLAN-Symbol und die dazugehörige Nummer prominent anzeigen. So können Nutzer direkt sehen, in welcher Art von drahtlosem Netzwerk sie sich einwählen. Nur größere neue Versionen sollen nummeriert werden. Unklar ist hingegen, wie die Organisation weniger genutzte Standards wie etwa 802.11ac in Zukunft nennt. Schade ist, dass Nutzer auch mit den neuen Bezeichnungen nicht erfahren, wie schnell ihre Verbindung theoretisch sein könnte. Auf Druck der US-Börsenaufsicht muss Elon Musk seinen Posten als Chef des Verwaltungsrats von Tesla aufgeben. Er hatte den Börsenrückzug des Unternehmens angekündigt und danach wieder zurückgezogen. Obendrein wird eine Strafe von 20 Millionen US-Dollar fällig. Mazda ziert sich weiterhin bei der Elektromobilität. Der japanische Autohersteller hat für 2020 ein Elektroauto angekündigt, das in einer Variante mit einem Verbrennungsmotor als Range Extender ausgestattet werden soll. Der Motor wird ein Wankelmotor, der als Geräusch- und Vibrationsarm gilt. Die alljährliche Assassinenzeitreise steht an. Diesmal geht's ins antike Griechenland. Für den Spieletest von Assassin's Creed Odyssey sind wir als Meuchelmörder nach Sparta und Athen gereist. Uns haben die wunderschönen Landschaften und eine nicht sehr historische, aber spannende Geschichte erstaunlich schnell gepackt. Wir finden, Odyssey ist das beste Assassin's Creed seit langem. Schön, wenn man beim Stichwort Großbritannien mal nicht an den Brexit, sondern an den Bleifuß denken kann. In Forza Horizon 4 sausen wir über die Straßen unseres nördlichen Nachbarn. Das Jahreszeiten-System sorgt für Abwechslung. Uns gefällt es sehr, eine vertraute Piste plötzlich unter ganz anderen Wetterbedingungen neu kennenzulernen. Beim Testen haben uns das tolle Fahrgefühl, die schicke Grafik und ein riesiger Fuhrpark sehr viel Spaß gemacht. Wer einen aktuellen, anspruchsvollen Fundraiser sucht, fährt hiermit genau richtig. Das war's vom GUL-MD-Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal.